Hallöchen ihr Lieben, ich wünsche euch erst einmal ein wunderschönes neues Jahr und deswegen bin ich hier ein bisschen gespückt. Ich wollte euch ganz gerne zum Start vom Januar unsere Duftlampe des Monats vorstellen, wobei Moment, sie heißt gar nicht mehr Duftlampe des Monats, sondern sie heißt jetzt nur noch Duftlampe des Quartals und ja, und diese ist natürlich auch wieder im Januar um 10% Rabatt erhältlich und zwar ist das dieses wunderschöne Stück hier. Es ist diesmal keine Lampe direkt, sondern ein Element Warmer. Da oben kommt das Wachs rein und da hinten hat man den Einschalter. Genau und ja, wunderschön vor allem für den Februar, ja. Und dazu haben wir auch wieder den Duft des Monats und zwar Candy Orchid und ich habe davon schon Pröbchen gemacht und ihn selber in der Lampe gehabt und ich finde, er riecht richtig schön süß mit Himbeeren und so einer schönen Vanillenote dabei. Sehr zu empfehlen. Wenn ihr Duft proben möchtet, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr ihn mal schnuppern möchtet. Und natürlich dieses Schmuckstück im Januar für 10% für rund 51 Euro. Auch dafür meldet euch gerne bei mir. Ciao!